Das ist der letzte Akt, oder? Der fünfte. Und wenn ich wirklich zu früh fertig bin, dann sage ich so, okay. In einer Stunde bin ich durch. Dann zock mal vielleicht ein bisschen Vampire Survivors. Mal schauen. Das wird ja noch schön. Werde ich am Ende gekreuzigt. Was zum Geilen? Das habe ich beim letzten Mal nicht gehört. Ist der unten? Ja. Aber man ist trotzdem nicht besonders nett zu ihm dann, ne? Also sein Schicksal ist nicht unbedingt ein besseres. Und da wäre es so ein Arsch zu dem Sinn, also in meinem Headcanon ist es im Moment so, das ist meine persönliche Hölle, weil ich ein Arschloch bin. Oh. Da geht es weiter. Ich fand es beim zweiten Mal auch wesentlich angenehmer, weil ich halt sofort wusste wohin, als beim ersten Mal. Aber diese Hebeldinge sind ein bisschen was anderes. Da hätte ich keinen Bock mehr drauf, nochmal zu machen. Ich kann nicht reinfallen, dass ich schon mal was werde. Kann ich die Waffe irgendwie wegstecken? gibt es den holz denn button ja also die die letzte tropäe kriegt man ja binnen einer halben stunde oder so ja 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 Gucken, vielleicht gehört das auch nicht so. Jetzt ist es still, wie unangenehm schwer wird es noch? Ach, ich habe ja echt so ein bisschen Sorge, dass ich da jetzt hängen bleibe. Da geht es auch noch weiter hoch, ne? Oh, aber anderes Fresco. Ich dachte mir, was hat man eigentlich so, Alter? Ja, er will sich schon eine Lösung finden. Aber, aha. Kommen wir uns mal runter? Ja, ich weiß nicht so. Ja, ich weiß nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, nice session Oh, well Lego bringt echt coole Sachen raus, aber die haben halt nichts mehr mit Lego zu tun. Das ist so ein bisschen schade. Ich guck erst mal, bevor ich irgendwas drücke. Zernot müssen wir neu starten, das ist okay. Sexy. Okay. Früher war halt Lego Bau irgendwas. Und dann nimmst du es wieder auseinander und dann baust du was anderes und jetzt ist, ich baue es einmal, nehme es nie wieder auseinander, stell es in die Vitrine. Das ist nicht das, was ich normalerweise mit Lego verbinde. Aber da war ich halt auch noch jung. Okay. 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 Jetzt ist das auch immer da. Um das auch immer da am Ende des Raumes, ist es ein bisschen Sorgen. Das sind Köpfe. Gesichter. Fucking ugly faces Oh, sweet lord This is scaring me Are we building a biomechan? I'm going to build him together and then I'll bring him up No, I don't Klingt aber gut Oh, I'm going to build the sport Generell netness is super begeistert Alter 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 Ja. Das ist schlimmer als das Baby. Setzen wir da den Kopf ein? Oh, boy. Okay. 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 das problem ist ich will eigentlich gar nicht dass das ding wach ist aber ich habe sonst nicht wirklich habe ich etwas verpasst die lösung muss hier sein hey hey to the hurl Oh, grüß dich. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Kann ich es als Health in den Automaten packen zum Wiederauftanken? Nein. Was zum Fick mache ich jetzt mit dem Ding? Das da hat jetzt wenigstens... Das kann ich aber nicht reintun. Das Ding ist ja mehr oder weniger intakt. Aber was bringt es mir? Ich werde das Ding nicht los. Hm. Was übersehe ich? Oh! 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 Ähm, ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind ein Arschloch. Kann ich das jetzt hier reinpacken irgendwo? Ja. Ja, so wird Marmelade gemacht, definitiv. Ja. Ja. Aha. Reicht das, was ich habe? Ja. 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 Diese Granaten sind halt Aschlings. Ja, das war's jetzt auch. Alles gut, Zorro. Alles klar. Es war mir so klar, dass das mehr oder weniger so läuft. Aber... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mir sagen gelassen, es gibt noch eine weitere Waffe, aber ich finde die hier nicht. Insofern gehe ich davon aus, dass die danach erst gibt. Ja, der Checkpoint ist ein bisschen weit. Es ist ja nichts, nichts, nichts schwieriges, was wir jetzt verpasst haben, aber man hätte es sich auch einfach sparen können. Dass man das nochmal machen muss. Könnte einem einfach am Bossfight rausschmeißen. Es ist ja auch ein bisschen. Hm. Hast du das nicht nochmal machen müssen? Oder wie? Ich meine... Weil er so wholesome ist das erste Mal. Hm. Ja, du weißt wie ich mit Screenshots bin. Ja, du weißt. Ja, du weißt. Ja, du weißt. Es zieht sich halt. Ja, du weißt. Ja, du weißt. Ja, du weißt. Ich weiß nicht, warum da hinten die Tür aufgeht. Aber ich glaube nicht, dass mir das im Bossfight hilft. Oder doch. Da krieg ich erstmal einen gebatscht. Ich kann dem auch nicht ausweichen oder so. Ich kann nicht bewegen. Ja, du weißt. 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 Ja. Ja, du weißt. Ja, du weißt. schieß halt dann kannst du ja auch nicht ausweichen habe ich vergessen nachzuladen ich überlege gerade ob ich mir einfach die beine wegschießen soll oder auf dem brustpanzer also dass das das rosa fleisch erscheint ja ich halte das empfindliche zu sein aber bis ich da dran kommen weiß nicht was am meisten schaden macht du hast kein feedback natürlich die andere knarre nachladen können da bin ich selbst ach guck mal ich hatte halt gehofft dass seine granaten irgendwie brauchbar abprallen aber ich kann nicht wirklich ausweichen insofern weil irgendwann geht er in die hocke aber ich weiß nicht was er davor macht deshalb ich schaue es mir nochmal an ich ja komm ich gucke mir nochmal an in der hoffnung dass der checkpoint nochmal so schön ist wie jetzt weil damit kann ich leben wenn ich danach nicht weiß was wir wurden habe ich auch kein problem nach einem tipp zu fragen wo war denn die letzte kann hat bitte hergekommen ach die sind halt scheiße ach du hast keine zeit dazu ich meine das ist nicht der versuch das ist aber das ist vermelde es oh die reichweite ich wollte eigentlich seinen scheiß granaten der ginge eben in die in die hocke die 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 Ich habe Zeit. Hallo. Meine Hände sind gar nicht schwitzig. Komm, schieß. Also, eine bessere Taktik fällt mir jetzt nicht ein. Ich bin ja immer überlegen, ob ich jetzt nicht resetten soll und mir die Mumpeln für die große Munition sparen soll, die ich verschwendet habe. Bist du tot, stehst du nochmal auf? Was macht er? Hey, Emi. Greetings. Okay. Is it dead? Are you dead now? Now I'll get the gun. Or not. Kill it! Kill it! Fucking hell. You're fast all of a sudden. You're fast all of a sudden. Come on, a motherfucker. Come on, come on. Come on. Get tired. No, don't kill me. Get tired. Listen to me. You're not paying attention. You're not paying attention. Oh, you fuck. you're not paying attention. Maybe they're paying attention. No, don't kill me. You're not paying attention. Maybe they are paying attention. No, don't kill me. No, don't kill me. Ah. No, don't kill me. Willkommen Schön, dass du die Leute mitbringst Der Alarm ging ein bisschen unter Ist gerade ein stressiger Zeitpunkt Wie war dein Stream? Was hast du heute gemacht? Hast du nochmal 7 Days to Die versucht? Willkommen auf jeden Fall Willkommen Willkommen Caps Lock In eine der anderen 3 Ecken Echsenfest Event Halloween Event in Elder Scrolls Online Dann baue sie doch auf der anderen Seite Dann baue sie doch auf die andere Seite Hierhin? Entweder dahin oder Schräg gegenüber Hierhin, ne? Ja, oder dahin Also entweder auf die andere Seite Sprich dahin, wo du jetzt stehst Oder In die Richtung, in die du jetzt guckst Oder schräg Oder daneben quasi Du meinst also, ich sollte eine der anderen 3 Ecken nehmen Das ist eine gute Idee Mach fort Ja, ich mein Mach da oder woanders Au I don't get what I have to do in this phase Manly Da kannst du mir einen Tipp geben Ich hab da keinen Bock Das noch ein viertes, fünftes Mal zu machen Ich mein, ich werd's jetzt nicht schaffen Aber Wie krieg ich denn dazu, dass er seine Hand wegnimmt? Gerne, Tante Gerne Ah 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 Okay Ähm Ich muss nur genug Schaden machen Ist das es? That's it Fuck this Okay Very nice Not Oh Do I have to do the whole level again? No No, okay No Ja In der ersten Phase muss ich Ähm Muss ich einfach seine Na wie heißt's Seine Munition verschwinden Und dann kann ich ihm in seine Weichteile schießen Alles klar In der zweiten muss ich genug Schaden machen scheinbar Also hab ich im Grunde alles richtig gemacht Nur hab ich Nicht lange noch gelebt Das ist alles Dann hebe ich mir die Die Munition eventuell Für die zweite Phase auf Weeeeee Weeeeee Weeeeeee Weeeeee Oh, hätte ich die andere Seite noch? Ah, das war nicht nötig. Okay. Wenigstens habe ich keinen Star-Mann beim Rennen. Oh, Bitch. Das ist doch was wert. Yo! Du hast den schlimmsten Teil nicht mitgekriegt, Tante. Und das ist ganz gut so. Aber ja, beklemmend hilft es ganz gut. Ähm, ich sag nur, so macht man Marmelade. Da kannst du eh, also... ... 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 He's really good with his fucking aim. Is that enough? Still not enough. I only have one shot left. Fuckin' hell. Fuckin' hell. Can I stomp the embryo to death, please? I know that's not a charming thing to say, but sweet lord. You get to see the fun part of the game. Strawberry jam incoming. Oh, there's another embryo. Oh. Oh. Now I can't even change the weapon anymore? Is that it? Really? Sorry. Sorry, Tante. Aber du könntest es nochmal sehen. Kann ich nochmal Heilung oder sowas abgreifen? Nein. Okay. Wie kriege ich dieses scheiß Tor auf, Manly? Will ich da was kaputt schießen? Nee, noch nicht. Muss ich noch einen machen? Ich hoffe doch nicht. I can't change weapon types anymore. Fuckin' hell. What is the point of this? There's nothing I can shoot? Okay. Can I interact with this? Somehow. No. We have to interact with this. No. No. We have to interact with this. Es hat zu tun mit dem Schütten Lieber, aber ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Es ist nichts, ich kann nicht wirklich Interaktieren. Was habe ich mit? Was habe ich mit? Was habe ich mit? Ja. Es kommt rein. Ja, ich kann nichts ändern. Was habe ich mit? Was habe ich mit? Was habe ich mit? Was habe ich mit? Ich würde gerne benutzen das! Like the crane, or... No, can't interact with anything. Bin ich zu blöd, Manly? Verpasse ich was? Offensichtlich ist. Ernste Frage. Also ist es nicht so offensichtlich, dass ich mich schlecht fühlen muss, das ist okay. ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Shooting is the only thing I can do And I have two shots Do I have to stand in those doorways? Did they do something and I missed it? There's got to be a reason why I see this. Or maybe not. There's got to be no reason for this game to do anything. Are these switches? No. If I go to the balcony again, the next thing I will do is check that fucking balcony. There's nothing I can do here. Oh. Ow. There's nothing I can do here. 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 There's nothing I can do. This thing won't use it. How do I get the... There's nothing I can do. There's nothing I can do. Okay, kill myself. Shoot the floor, kill myself. I don't understand. There's... I'm standing on the floor, manly. I can't switch equipment. They won't let me. There's nothing. There's a fucking vial that I have to insert. There's nothing I can do. 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 How many times did I pass this? Manly. How many times did I pass this? How many times? Was ist das? Oh, ho, ho, ho! Oh, nice scream! Am I bleeding out? Are you fucking kidding me? What? What? The fuck? What was the point of this? Justice do? It's what they taught me. Okay, so I should have run to insert this or what? This game makes no fucking sense at all. This game makes no fucking sense whatsoever. It's the fucking time. What? What? This is fucking timed because I have to cut my hands open. And not bleed out. Oh. Sweet lord. Today? Today I feel like I'm really, really stupid. what did i pick up that that got my hand fixed back up fixed back up again what was that i thought i could climb into that suit that's what i thought Das ist nur Ammo, ist das es? Ist das fucking timed, Radley? Do I have to do this and run up fast enough? That's too long a walk, that doesn't... That doesn't work. I shouldn't play this today, I'm feeling so brain melted. Ja, geh vielleicht ins Bett, wär vielleicht ganz gut. Ne gute Nacht. Du verpasst nicht viel, ich lauf eh nur im Kreis. Insofern. Du verpasst nicht mehr. 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 Das ist nicht mehr so gut. Du verpasst nicht mehr. Du verpasst nicht mehr. Du verpasst nicht mehr. Was das? 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 That is all now timed. ... If I knew how good or bad the checkpoints were, I would be... ...more open to experimentation, but as it is, I'm just... ...not about that life. Well, let's, let's... So... Let's see, let's try, I mean, fuck this. We use this, and then we run... ...through here. I kinda doubt I'm fast enough for that. I am really doubting I'm fast enough for that. But that's what I'm... That's what I'm... Yeah, not all the way up. Just through here to that. I mean, I can... I don't have the key for that door, so I need to do the other thing first. Otherwise, I would cut open my hand over there and try to... I don't know, where is it? In this room. But I have... Have I here for the key? Have I four? Have I not only three? can I die? Fuck it. Squealing time? Ja, wir haben vier, okay. Es ist nur Scheiße, die man nicht... Oh Mann, die man nicht kontrollieren kann, damit man nie weiß, was man hat oder nicht hat. Oh, sweet lord, I feel so tired today. Is this this doing? Oh lord. Yeah, fuck you. Is that enough? Do I have five? No. So what's the point? What's the point? Hey Bulldog. Good evening. Oh, we broke it completely, so... Nope. Great. So we have to cut open my hand to use this. Oh, sweet Jesus. Run, you fool. Yeah, that's a good ringtone. Sweet lord. Can I feel this? No. Is there any... Okay. It's really far away. Shit. Nice, nice, nice. Hope we get shit sorted out. Hmm. Hello? So I have to cut my hand again and then run over here. Which path is shorter? This? I think it doesn't really matter, does it, no. I think it doesn't really matter, does it, no? It doesn't really matter if I use two or not. It doesn't really matter if I use two or not. It's not like I overhealed accidentally. Yep. Mmm. Yummy. Oh, boy. This looks so amazing, though. Oh, no. Is this like an operating table where I get rid of that thing that's clean to me? Is that what's happening? That would be fucking amazing. Oh, boy. Switch is shorter. Yeah, I think from here. Let's try. This is gonna be rough. Come on, run, bitch. Run. Don't look at it. You know what it looks like. It's not the first time. Close enough. Close enough. It's a boy. Maybe. Oh, no. This is like some dead space bullshit where you have to not cut up yourself too much. I don't know what I look like. So, I don't know which part is me, which part isn't. So. Fucking hell. Can I poke it in the butt? Just shake it. Just shake it. Yeah, just shake it. Shake it. Can't really do anything, can I? No, doesn't seem like it. Just leave. What was that achievement? Detachment. Detachment. Oh, no. We're fucked, aren't we? Oh, no. This is closed, so I have to go this way. Are we dying? I mean, more than usual. Can't use any inventory. Sweet Jesus. This game is nuts. And I feel like I don't have the cool gun anymore. Can't even run. Are we dying? I mean, he... I can't look down... Oh, well, I can't... We're... Well, I'm still liking the game. This section was... Not this. This kind of made sense. The previous section made no sense. So it was a bit annoying. Everything else was just difficult. But this... I mean... That's why we can't use guns. Because we're... Kind of spilling ourselves a bit. This took away from the experience a bit. Like that boss fight we had... While you were lurking. Making some jam. That was odd. But this is all fine. And the mechanic with the hand... Yeah. And me just being blind and walking past a... A doorway was bullshit. That's just me being dumb. Can't blame the game for that. The graphics are beautiful. In its own disturbing way. Mmm. Whoa! Blood puke! Ha 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 ha. At least now we don't have the gun model in the way... When we take screenshots. Yeah, while you were lurking... We just had a weird... Section that looked... That just made no sense to me. I didn't know what to do. Because the game... Does not point it out. And... You're basically... Wasting ammunition just on a whim. With a game that tells you to preserve ammo the whole time. That's a bit odd. I was about to say. How does this help me? But... Yeah. Do I climb in there? Let me... Let me check out the area. If I die, I die. Sounds like we're... Dying. I mean... Spilling our guts. It would make sense. Are we dying? Do I need this? No? No? Okay. Well, maybe. Wow! This is such a disturbing... Yeah, I can't use this. I bet. Oh, I can? Oh. 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 Okay. Okay. Uh oh... I don't like where this is heading. Let's see what that contraction does. Can we cut off hands or something? No. Let's do this! Let's do this! Are you going to repair or kill me? Ah! I'm not sure. They're just harvesting me, that's what's happening. What the hell is going on in this game? At least while they were killing me, the machine had the decency to suck me off at least something, you know? Is this game... Oh, we control both of these. Nice, that's how we open the door. Neat. Or maybe. I don't know. It's just my guess. Yeah, I'm pretty sure we're pregnant. Is there another switch? Which... No, one of them... Okay. Maybe it didn't have to do this with the other one, but you know. The clock is in the middle of the back, and you know it's really... Yeah. You know it's so bad. I didn't see anything. It's so bad. I'm not gonna get away. You know it's so bad. You know it's so bad. Ja, ich fühle mich nicht. Aber wenn ich hier... Hm. Was kann ich hier noch machen? Ich habe nur zwei Bösen. It's a weird sentence, but you know what I mean. Or can we free ourselves? Or maybe. What? What are you doing? Where am I going? Why did we pick this arm? To cut ourselves up. Hmm. Let's switch. Okay. But I can't really do anything, so... What am I missing? Because if I leave... Oh, we... Can we? Can we? No? Oh, come on. Don't be like that. Hmm. What am I missing? Can I do something else with the body? So we can walk again? Let me check. Yeah, crazy is the best term to describe this. I don't know why we have that hand that keeps cutting us. I don't understand. Can I put myself down? Or... I don't understand. Okay, I can't exit. So I'm not... Hmm. Do I have to stand on that platform with both of them? But if this can't leave... What a fucked up game. There's not too many options, so let's stand on the platform and maybe I can bring the other one? Okay, both stand on this. No, I can't. I can't exit with her. What am I missing? What am I missing? I can't just walk through? Are you fucking kidding me? Come on. Come on. Come on. Yeah, I'm hoping that's a bug. Because it makes no fucking sense. That didn't help with me walking around like a tool. At least I could walk through. Imagine if I... Could not have walked through, but it was meant to be open and I was stuck. That would have sucked. Having to redo the whole chapter would have... Literally killed me. Of course. Of course. Of course. That's why we have the cutting arm with us. That's why we have the cutting arm with us. Yes, having to do the whole level would have sucked big time. Yeah, the art is quite something. Welcome, Jackie. Ah, isn't it lovely? Yes, it isn't lovely. Is that it? Is that the game? That was a prop. Yep. The last achievement was... Final. Well, I'm sticking with my story that this is our personal hell because we're a bad person for treating... Whoever we met, we fucked up ourselves. We were not kind to anything we found. So I think we deserve this. I don't know, because this all makes no sense. But yeah, I hope it was enjoyable to watch. That's all the achievements, right? Maybe all the achievements. I got 12 of 12 achievements. I got 12 of 12 achievements. I got 12 of 12, but yeah, 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 I got 12 of 12, but Zeit.